Musik Ja, jetzt ist es halt so, dass mir dann doch noch ein bayerischer Witz eingefallen wäre, sogar mit dem Kari und Luki, also ein wirklich ganz typisch bayerischer Witz. Und jetzt weiß ich bloß nicht, weil doch der sprechende Nussknacker das Lachen an sich, also verboten hat er es nicht direkt, das Lachen, aber einen Spaß soll es halt nicht machen, hat er gesagt. Also Sachen, die Spaß machen, sind dann letztlich doch verboten. Und jetzt weiß ich halt gar nicht, ob ein Witz unter das Spaß machen fällt, also generell. Also der Witz selber, der täte jetzt so gehen, mit dem Kari und dem Luki. Also der Kari und der Luki arbeiten auf einer Baustelle. Und jetzt ist der Luki der Polier, also der Vorgesetzte von dem Kari. Und jetzt sagt der Luki, Kari, was machst du denn? Und der Kari sagt, nichts. Und dann sagt der Luki, na gut, aber wenn du damit fertig bist, dann machen wir Feierabend. Ja, da weiß ich jetzt nicht, ist das, geht das? Ja, da weiß ich jetzt nicht, ist das, geht das. Vielen Dank.